Jo Leute, was geht ab? Wir sind zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2 mit dem Friedrich. Bärchen, Bärchen. Ja, da ist er und mir, dem Tosny. Und wir sind jetzt mal in einer Lobby, aber nicht in einer Party. Somit hoffen wir in unterschiedliche Teams zu kommen. Ich kann nicht mehr reden. Mö! Geil so. Ey, das hat sich ja super gelohnt, ey. Okay. Kann ich irgendwie Team wechseln? Du kannst doch mal rausgehen oder mal schnell reingehen. Aber ob du das schaffst, lass es lieber. Wir sind jetzt in einer Lobby, ist egal. Und Hardcore suchen und zerstören auf Stand-Off. 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 For the Champions, for the Champions, Stand-Off. Ah, ah, ah. Das war doch super, das World-Spiel, oder? Ja, total. Ich krieg mich nicht mehr ein. Ha, ha, ha. Du bist ein Arsch, ey. Du bist ein perverser Ersch. So, Alter, machst du jetzt mal, oder was? Warum, dauert denn das zu lange? Warten auf Verbindung. Wahrscheinlich lassen sie den WR-Clan nicht mehr rein. Ja, aber der ist einfach zu gut, der WR-Clan. Aber was ist denn jetzt? Alter, Blackscreen, oder was? War wirklich raus. Nee. Jetzt wird's wieder neu geladen. Warten auf Verbindung. Ja, weil du immer so ne Schweiß... Schweißer. Weil du immer so ne Scheiße quatschst. Deswegen sind wir jetzt rausgeflogen. So, und jetzt würd ich dich mal fragen, wer quatscht hier Schweiß? Na du. Der Mund ist schon ganz feucht. Du bist feucht? Nein, dein Mund. Ach so, der schwitzt, weil ich so viel Scheiße quatsche. Ja, der schwitzt beim Kacken deinem Mund. Ich wusste gar nicht, dass ich mit meinem Mund kacke. Du sollst nicht immer von dir auf andere schließen. Schließen? Ey, was ist denn das jetzt? Was soll das denn? Fehler zum Ausdruck, ey. Also auf ein neues. Ah, gut, dass wir eine Karte aussuchen können. Ja. Was soll das hier? Mann, ey, da hat der Horst wohl geläftet, ey. Das war ihm wohl zu horstig, ey. Mann, 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 Mann. Stand off. For the jumping, youngs. For the jumping, youngs. Stand off. Stand off. Magst du eigentlich jumping, youngs? Ja. Ja, ich auch. Ich finde die voll geil. Gibt ja voll viele Leute, die das nicht mögen, aber ich finde die voll lecker, ey. Champ-Bang, youngs. Ey, mein eines Kissen hat so einen roten Strich, weil ich da ein bisschen Spaghetti-Sauce raufgekleckert habe. Sieht aus, als wenn ich meine Tage gehabt hätte. Warte, das ist ein T-Witz. Der muss erst ziehen. Das war kein Witz, das ist eine Tatsache. Ne. Wir sind in unterschiedlichen Teams. Ja. Da hat wohl endlich... Da hat die Gerechtigkeit zugeschlagen. Jetzt werde ich dir erst mal ein Kügelchen in deine Muschi setzen. Das glaube ich nicht. Oder wollen wir es schlippern? Wir beide schlippern? Ne, wir müssen auch gegen die anderen zocken. Ach, stimmt, scheiße. Oder wir warten, bis alle tot sind. Ja. Wir warten, bis alle tot sind. Du bist der Beste, wir warten, bis alle tot sind. Na ja, der eine von mir ist schon tot. Na ja, der hat's auch voll drauf, ey. Ist voll der Pro-Gamer, ey. Ich bin tot. Ja. Wo bist du denn? Ich bin tot. Ne, vom eigenen. Mann, ey, wie kann man denn so blöd sein, ey. Ich hab schon... Wir haben genau den gleichen Stat. Ja, ich hab... Naja, ich wurde abgeschossen, hab davor aber noch eine Granate geworfen. Achso, nice. Die ist der Typ natürlich direkt reingelaufen. Nice. Also da sollte keiner von euch langlaufen. Da stehen zwei von uns da bei diesem Paket-Ding. Ja, weil ich auch weiß, was du meinst. Achso. Ey, du bist manchmal so ein Blitzwerker. Wow, schieb... Boom, tot. Lol. Ne, da ist er doch... Was ist denn der für ein Trottel? Genau. Oh. Da ist er... Da war er doch. Was macht der denn hier? Sieht euer unseren? Sieht euer unseren? Er hat ihn kurz gesehen, ja. Ganz, ganz kurz. Aber ist wahrscheinlich zu blöd, um ihn zu finden. Weiß nicht, was der da vor hat. Auf den Zeitplaner. Da hat er offen. Wo ist denn euer gerade? Bei Bombe A. Unser war gerade bei Bombe B. Gut gemacht. Bereits machen für die nächste Runde. Ne. Ne, 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 ne Betty war da. Na, ist mein. Wie geil, ey. Hehehe. Hehehe. Woo, erste Runde gewonnen. War das blöd, ja. Komm, gib zu, du hast ein scheiß Team. Das Ziel verteilt. Ah. Leider. Wie du das einfach mal gar nicht drauf hast, ne? Was machst du denn da? Halt deine Fresse. 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 Gib zu, du bist einfach bloß schlecht. Ja, die sind beide da bei Bombe A, wisst du, bei diesen Paketdingern. Schieß dir jetzt beide ab. Musst von hinten kommen. Nicht von vorne, von hinten. Du, ich komm immer von hinten. Ja, eh, du läufst jetzt aber. Die laufen jetzt beide. So langsam. Langsam zu Bombe A. Direkt zu Bombe A. Okay, dann komm ich jetzt von hinten. Einer hat, der eine von euch. Ach so, jetzt, ja, komm mal von hinten. Der hockt da direkt in der Ecke. Wenn du aus dem Haus rauskommst, links. Da ist ein Claymore. Ach so, da vorne. Da ist aber noch ein Claymore an der Tür. Pass auf. Das gibt's doch nicht. Wieso habe ich den Kill jetzt nicht bekommen, verdammt? Oh, ich habe ihn bloß angewixt, ey. Wo warst du denn? Andere Seite. Ich habe ihn von hinten angewixt. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Wieso nur, wieso? Suchen und zerstören. Lass mal von dir hören. Halt die Presse. Werde dich vernichten. Das glaube ich ja weniger. Aber du darfst es mal probieren, wenn du magst. Habe ich doch gerade eben deinen gesehen, da hinten. Mann, ey. Bist du schon wieder tot, ey? Ja. Oh, Mann, ey. Der eine hockt wieder bei den Paketen. Bei welchen Paketen denn? Mann, der guckt Richtung Bombe A, da wo die Mauer ist. Mann, weiß ich, wie das heißt. Und die anderen beiden sind am Spawn und gucken da in den Ecken. Wo bist du denn? Ich bin auf jeden Fall nicht da, wo du bist. Nee, ich bin schon tot. Ich weiß. So, das sind die beiden letzten. Die hocken beide an der Ecke. Okay, wir sind beschädigt. Bei uns wirst du doch respawned. Und dann läufst du gleich nach links. Da kannst du doch so eine Ecke langlofen. Ja, ja. Da, wo die Tankstelle ist, sind die. Ach, wo die Tankstelle ist. Oh, der eine guckt oben aus dem Haus. Der hat einen auf dem Platz erschossen. Der eine läuft jetzt in das Haus rein. In das Haus, wo das Holzhaus ist. Holzhaus. Welches Holzhaus? Mann, da wo du deine Richtung... Ach, da. Ist er noch im Holzhaus? Ja. Jetzt ist er raus. Richtung bei Bomber B. Der liegt bei Bomber B jetzt. Da war ich im falschen Holzhaus. Der liegt jetzt bei Bomber B jetzt raus. So, ich sag dir, wo er hockt. Ich hab ihn schon gesehen. In dem gelben Haus. Ja. Nur wegen mir. Bamm, Junge. Nur wegen mir. Yeah, 3-0 hab ich übrigens, ne? Ja, der ZX schon schubbern. Nur wegen mir. Die Firma denkt, du, ich würd dir auch helfen, wenn ich einfach mal sterben würde. Also ist das eigentlich mein Kill gewesen. Du, ich würd dir doch auch helfen, wenn ich mal sterben würde. Ja, ja. Aber ich hab halt 3-0, das tut mir leid. Hardcore suchen und zerstören. Ach, geil. Die Runde läuft. Die Runde läuft. Ach so. Ziel ausschalten. Mann, ey. Ich rufst mich nicht von der Leiter. Sonst bring ich dich um. Das glaub ich eher weniger, weil dann bist du ja schon wieder tot. Nein, ey. Ah! Ihr kriegt den aus, ey. Wirklich. Ey, nur wegen diesem Spacko, Alter. Ey, ich hab einen Kill 1-4. Ey, wirklich. Oh, ich find das amüsant, ey. Wenn ich das mal so anmerken darf. Ich glaub's nicht, ich glaub's nicht. Also das war heute deine Runde, wa? Ja. Noch ein Spiel, los. Okay, also erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Pröparation. Pröp.